Herzlich Willkommen Leute zu einem kleinen Funmatch mit Vex in Classic Offensive 101 auf Pool Day. Jeder der mich kennt weiß, dass ich im 101 überhaupt nichts kann, also wirklich gar nichts. Das ist natürlich nur, dass es nicht ganz so schlimm aussieht. Ich habe bis jetzt glaube ich auf YouTube noch keinen 101 gewonnen. Gegen dich oder gegen Dardosch. Ich habe noch nie einen 101 auf YouTube gewonnen. Okay, da bin ich auch ungünstig reingesprungen. Ja, wenn du nicht gesprungen wirst, hätte ich dich nicht gehört. Das ist auf jeden Fall die alte klassische Map. Ah ja, Freestyle mache ich eben aus. Das gehört nämlich nicht dazu. Wo ist die? Ah, die AK. Oh Gott, ich habe jetzt auch seit 5 Tagen keinen Kallus mehr gespielt. Ich freue mich auch schon auf unsere normalen CSGO-Matches. Oh Gott. Du musst mit der AWP in Classic Offensive spielen. Die ist so smooth. Moment, ich muss mich erstmal... Okay. Kassier es jetzt mal. Hier ist ja auch der Spray und alles ganz anders. Trotzdem kassier es jetzt. Ich weiß, dass du rechts kommst. Ja, geht doch. Okay, geht doch. Ich wollte dich no Scope auf die Distanz. Das ist... Zu 1 von 6 Seiten ging das richtig gut. Oh, oh, oh! Wie ist das herrlich wie den Wallbanks, ja? Alles, alles aus Pappe. Wo bist du? Ich habe dich nicht gesehen. Hätte ich einfach richtig schön weggeschränkt, ey. Wo bist denn du? Hier? Was kassiert? Oh nein. Aber knapp? Oh Gott, nein! Komm! Komm, der war knapp, oder? Ich wollte dich durch die Wand gnaust, doch. Ja, ich wollte auch durch den Spiegel schießen. Boah, aber ich freue mich mega darüber, dass die AWP 50 ist, ja? Du einfach drunter. Oh, klasse. 4 HP! 4 HP! Ist das auch... Ist das der 1.6 Spare? Ja, es ist ein Versuch, es wird versucht in die Richtung zu gehen. Mit dem neuen Update auf 1.1b wurde die AK nochmal geändert. Jaaa! 1.31! Hat nur 30 Schuss gebraucht, ja. Easy, easy. One Click, haben sie mich früher genannt, ja. 1.1.6. Ja, ja, 1.1.6. Habe es ein halbes Jahr gespielt. Bist du gerade ins Wasser gesprungen? Nein. Ja, bin ich. Boah, ist das stechende Scout-Zaun, der zurück ist, wundervoll. Wo bist du hin? Geht dich gar nichts an. Nächster bestimmt hier auch so. Oh Gott, ja! Was ich jetzt wissen müssen. Oh, oh. Der Pum, die war echt gut. Ja, ich auch. Das war ne gute. Ich hab die echt gern gespielt. Da ist, sag mal, warte, warte, warte. Ah! Ey! Ohne Wiss, ne? Ja, ja. Okay, alles klar. Okay, okay. Mit der Pum, ey. Dass mich zum schlechtesten Zeitpunkt der Wischsteh, ne? Was? Boah, ne. Nein, nein, nein. Oh! Ich hab mich schon einmal durch die Wand getroffen, hier ist sowieso Blut. Aha, du hast mich einmal getroffen, ja? Ich hab dich klar nichts gemacht. Nein! Ey! Okay, jetzt muss ich aber. Jetzt musst du immer was bringen, ne? Das ist so langsam peinlich. Die Leute grauen mir die Ausreden so immer noch nicht, dass ich nicht gespielt habe. Ah, ich wollte dich durch die Wand. Jetzt wird's gefährlich. Hab ich dich einmal getroffen? Nee, aber hab ich dich vorher durch die Wand getroffen? Weil ich hab dich nur zweimal mit der Pistole angeschossen. Ja, ist nett. Ey, wo's bau ich auf? Ich hab mal... Oh, du wirst nicht lachen. Ich schnau scopier. Oh, 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 oh! Ja, verdient's. Lappen. Muss ich mal zurückkommen, hä? Das geht aber nicht, ne? Ja, dann 3, 2, 1. Nein! Nein! Oh, komm! Gepusht, mit der Piste. Das war doch unfairer Spawn, ja. Ja, so nennt man das. Die AWP ist so geil. Aha. Die ist so gut. Wie viele Stunden hast du jetzt von 1.6 gespielt? Oder ich meine Classic Offensive, ja? Außer die letzten 24? Was ist... Ich hab das gar nicht so viel gespielt. Aha. Ich würd's aber gern mehr spielen. Weil's halt einfach mega nice ist. 11-4. Oh boy. Ja, aber ist auch ne Terror Map. Ja, ja. Ja, so mein CT Map, ja. Ich meine Terror Map. Nein, ich bin reingerannt! Oh, ey. Der hat Free Fire. Dabei hab ich dir so schön am Anfang einen mitgegeben. Wie viele hast du noch? Oh Gott. 76. 24 in 1. Oh. Boah. Ich find die, die, die Animation mega cool. Wenn du halt so nach links und nach rechts gehst. Mit der Waffe. Das sieht irgendwie viel realistischer aus als, als CSGO. Au! Du hast mich gehittet, ja. So muss es sein. Hast du Wasser? Nein. Nein. Ha! Oh, come on! Nein, doch! Der steht noch mal in vorne. Nein, ich bin, ich bin, ich bin. Ey. Du hast mich ja auf 90 Damage hast du durch die Wand gegeben. Achso. Jetzt hast du einen Step gemacht. Nee! Wie hab ich dich nicht einmal getroffen? Ich muss doch wieder raus. Du hast doch nur einmal geschossen, oder? Jetzt haben wir geschossen. Achso. Aua, nein. Das war die Siegesträder. GG. Ah! 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 Da wollte ich gerade abdrücken. Im Sprung. Ja, okay, okay. Oh, die Stunt einen so krass, wenn du triffst. Ich kann mich ja gar nicht mehr bewegen. Ja, die Spons sind auch gar nicht auswendig, ne? Oh, Gott! What? Ach, da ist! Du bist vorbeigelaufen. Ja, ich bin hier beim Pool. Aua. Ach, ich hab die Tor getroffen. Ja. Oh, was? Du bist so ungewohnt, dass man doch nur alle Bände schießen kann, ne? Zeit geht. Du wirst das Kälte nicht mehr gewinnen, ja? Ich bin jetzt warm. Ich bin jetzt heiß. Nein! 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 Ah! 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 Oh, Gott! Ich muss bei meinem Boden bleiben, ja? Ich muss noch einmal getroffen haben, oder? Einmal will ich jetzt! Oh, ich hab das sogar getroffen. Nein! Oh! Ein HP! Nein! 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 Go! Go! Never lucky! Ja, okay. Das war halt noch. Ja, Mann! Jetzt zeig noch was! Du kriegst nen Diegel One-Click aus der 1-6-Hölle! Ey! Wie er einfach ums Eck läuft, ne! Und gecallt, ey! Ein lustiges One-on-One, wenn Max sich, glaube ich, erstmal eingespielt hat, sieht das Ganze anders aus. Wir können ja mal schauen, ob wir noch eine andere Map finden. Und ansonsten nehmen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schaut bei Vex vorbei. Bis dahin, macht's gut. Nichts, die ist die Sache. Die ist nicht nervös! Bis jetzt. Als ob es wieder ein Trocken passiert ist. Was ist das so schnell! Was ist das so schnell! Was ändertest?